Was hast du festgestellt? Wenn du den Stein setzen hast, auf den richtigen Ort schaust, kannst du den Stein schon viel besser setzen, ohne dass du zu viel auskorrigieren musst. Da ist eigentlich immer alles im Griff. Herr Bolliger ist für mich zuständig, für alle Lehrlinge der Firma Lech. Und wenn er nicht zufrieden ist, dann sagt er das uns auch. Und dann müssen wir es machen. Wenn er uns kein Feedback geben würde, könnten wir uns auch nicht verbessern.